Musik Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute. Ich bin die Zement Ete, ich begrüße euch ganz herzlich zum Sendeplan für den Monat September. Der ist ein paar Tage zu spät, das tut mir leid, aber ist so passiert. Und ja, ich muss heute nicht so mega viel erzählen. Erstmal im Hintergrund habe ich die aktuellste Version von The Curious Expedition mal ausgepackt. Da ist eine Menge, Menge passiert, seit wir da mal in der Sneak Peek waren. Und deswegen dachte ich, ich zeige sie einfach nochmal im Hintergrund, um euch an dieses schöne Spiel zu erinnern, das es mittlerweile, glaube ich, auf Steam zu kaufen gibt. Jo. Und ja, von mir gibt es aktuell nichts mega Großes zu erzählen. Die meisten Sachen, die ich erzählen wollte, habe ich in den letzten zwei Sendeplänen irgendwie losgeworden und auch in ein, zwei Umfragevideos ja auch. Und insofern gibt es für den Monat September erstmal keine Besonderheiten. Es wird weiterhin bei einem Projekt auf dem Channel bleiben, das ich dafür mit besonders viel Liebe und Hingabe führe. Und mit den gelegentlichen Zusatzprojekten, wenn sich irgendwas Cooles anbietet, das mir da so über den Weg läuft. Oder wenn ich gerade irgendwie den dringenden Bedarf habe, irgendwas Tolles mit euch zu teilen. Gut. Also, reden wir mal Sendeplan. Was kommt an Projekten im Monat September auf euch zu? Erstmal läuft aktuell noch die Heroes 7 Beta. Die ist mittlerweile abgedreht und läuft am 05.09. aus. Das heißt, am 05.09. erscheint die letzte Folge der Heroes 7 Sneak Peek Beta. Letzten Endes erscheint Heroes 7 ja auch schon im Monat September in der Folge. Also insofern haben wir es soweit nicht mehr hin. Ne wahr? Dann läuft auf dem Channel aktuell L.A. Noire. Das wiederum habe ich noch nicht abgedreht und müsste ich mal gucken. Aber ich bin in den letzten Folgen und ich ahne so von der Schätzung her, dass das Mitte September in etwa auslaufen wird. Zumindest macht es für mich so von der Planung her den Eindruck. Und dann werde ich Mitte September ein, zwei Tage Pause machen, wie ich das immer so mache, nach einem Projekt. Und werde dann mit einem neuen Projekt durchstarten. Und da kann ich euch jetzt mal den Hut lüften, hätte ich beinahe gesagt. Werde ich jetzt mal das Geheimnis lüften. Und zwar möchte ich euch eine Spielserie vorstellen, die mir wirklich, wirklich am Herzen liegt und die ich wirklich toll finde. Und zwar werden wir gemeinsam die Blackwell Saga durchspielen. Denn The Blackwell Saga, also Sirius, ist ein Fünfteiler, also das ist so eine Art Episodenspiel, wenn man so möchte. Ist ein Indie-Point-and-Click-Adventure im Retro-Grafik-Stil, also so im 8-Bit, 16-Bit-Grafik-Stil, wie es früher war. Und ja, ganz klassisch Point-and-Click, aber hat eine wirklich coole und spannende Geschichte, die es erzählen wird und will. Mit wirklich vielen Twists und ist wirklich gut geschrieben. Also ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, das heißt, es wird ein Walkthrough, kein Blind-Let's-Play. Aber ich möchte es euch trotzdem präsentieren, denn wie gesagt, das Projekt ist viel zu unbekannt dafür, dass es so großartig, wie es eigentlich ist. Und deswegen möchte ich es euch zeigen. So sieht es aus. Und das wird dann nach L.A. Noire kommen. Wir werden anfangen mit dem ersten Teil der Serie, der nennt sich The Blackwell Legacy. und ja, war als Beöffner der Serie noch tatsächlich wahrscheinlich so einer der schwächeren Teile. Aber immer noch wirklich grandios und vor allen Dingen wird es von da an nur immer besser. Das ist der Trick. Und ja, mit dem fangen wir dann an. Ich, wie gesagt, kann kein genaues Datum sagen. Von der reinen Vermutung her, wie viele Folgen L.A. Noire noch kommen, würde ich jetzt tippen. Keine Ahnung, ich sage mal, ja, vielleicht am 15. oder so. Und dann fangen wir zwei, drei Tage später, also dann entsprechend irgendwie am 18. oder so mit Blackwell an. Aber das ist ja beides soweit noch nicht gedreht, dass ich das jetzt genau wüsste, wie viele Folgen das noch werden. Und die Blackwell-Serien, also die einzelnen Teile sind nicht sehr lang. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir damit zubringen werden, aber ich denke, der erste Serienteil wird keine zehn Folgen haben. Die sind allesamt, jeder einzelne Teil für sich dauert so zum Durchspüren irgendwie so drei Stunden ungefähr. Das heißt, ich denke mal, dass wir im September vielleicht auch schon in den zweiten Blackwell-Teil einsteigen können. Mal gucken. Ja, und das ist der Sendeplan. Den kriegt ihr gleich nochmal, wie ihr es kennt, eingeblendet. Und ja, so viel von mir. Wenn es von eurer Seite irgendwelche Fragen, News oder irgendwas gibt, dann kommt damit auf mich zu. Ach so, und was ich jetzt beinahe vergessen hätte. Natürlich wird es im September auch noch einen weiteren Teil von Ente Quark geben. Diesmal mit dem Thema, ist E-Sport tatsächlich ein Sport? Da will ich mich noch nicht auf einen Termin festlegen. Ich möchte versuchen, so ungefähr Mitte des Monats anzupeilen. Aber wie ihr in der August-Ausgabe schon gesehen habt, kann das sein, dass die Recherche und die Privatarbeit das Ganze auch nochmal um ein paar Tage verschiebt. Aber so Mitte September würde ich das versuchen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gequatscht. Und entsprechend wünsche ich euch auf meinem Channel alles, alles Gute. Wünsche euch viel Spaß. Schaut euch gerne auch noch die alten Projekte an. Es sind viele tolle Sachen dabei. Viel ist auf dem Channel schon passiert. Und deswegen freue ich mich, euch hier zu begrüßen. Und jetzt habt ihr gleich nochmal den Sendeplan. Bis wir uns in einem der Projekte wiedersehen, wünsche ich alles Gute und sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.